aber leute für heute wieder erst august und wieder zeit für die nationalhymne jetzt hören wir uns das vorspiel an von diesem jahr ich habe es wieder dieses jahr wieder aufgenommen oops Untertitelung. BR 2018 Frag mich ehrlich gesagt nicht, warum dieses Ploppen da ist. Keine Ahnung, von wo das kommt. Keine Ahnung. So, jetzt der erste Teil von der Nationalen Ahnung. Das Vorspiel vom Vorspiel Teil 1 Und jetzt, Entschuldigung, ich hatte mich vorhin gemutet. Also, und jetzt der zweite Teil mit dem Vorspiel vor dem Blick. Teil 2 Also Teil 2 von der Nationalen Teil 2 von der Nationalen Ahnung. Teil 3 von der Nationalen Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 So, im Juni dieses Jahr habe ich begonnen mit der Nationalhymne zu üben, habe jeden Samstagmorgen wieder gespielt, habe ich geübt und ich denke, es hat sich gelohnt. Das letzte Mal, als ich die Nationalhymne aufgenommen habe, war ich an einem anderen Ort und diesmal bin ich hier zu Hause in der Kirche, habe ich Orgel gespielt. Ich denke, das erkennt man auch, wenn man die zwei Videos vergleicht, auch wenn man jetzt nicht gerade der Experte unter den Orgeln ist. Ja, danke, dass ihr dieses Video geschaut habt. Wenn ihr in der Schweiz wohnt, dann wünsche ich euch einen schönen Nationalfeiertag und sonst einfach einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen. Ciao Leute von heute. Ciao Leute. 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 Ciao Leute.